Beim Durchchecken für unsere Island-Tour haben wir festgestellt, dass die Reifen nicht ganz laufrichtungsunabhängig sind. Und dann haben wir uns dazu entschieden, den Reifen hinten links, der leider falsch aufgezogen ist, mal zu wechseln. Da haben wir uns bei gutem Wetter mal gedacht, dass wir das Ganze einmal durchspielen können, um auf Island dafür gewappnet zu sein, sollte es dann doch mal der Fall sein, dass wir einen Reifen wechseln müssen. Das funktioniert auch alles ganz gut. Selbst das An- und Abbauen vom Ersatzrad hat mit der Windel sehr gut geklappt. Aber es geht selbst. It all changes, 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 it all changes, 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 it all. We knew sight of what is true, so lost in spite of what we knew. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020